Auch in diesem Monat kühlen wir wieder den Gewinner des Cash & Quote Awards, und zwar zum Thema Dein Lieblings-Game 2017. Und der Gewinner ist das Lieblings-Spiel. Herzlichen Glückwunsch Jonas. Du hast 2000 Euro gewonnen und dein Video wird im ZDF ausgestrahlt. Und morgen geht's schon weiter mit dem nächsten Contest. Und zwar zum Thema... Na gut, ich bin ja schon still. Was denn jetzt noch? Achso, klar, abonnieren nicht vergessen. Jetzt aber tschüss. Macht's gut und bleibt kreativ.